Seit der Firmengründung 2002 stehen wir bei J. Grabener für Veredelung von Holzwerkstoffen. Für uns ist es wichtig, dass wir aus dem Material ehrliche, natürliche, innovative Produkte erzeugen. Daraus ergeben sich unsere Produkte Saunaboard, Prägeboard und Charisma. Die Platten von der Firma Grabener sind ein sehr gutes Produkt, sie lässt sich gut verarbeiten. Es gibt auch das dazu passende Furnier von der Firma Grabener bis zur Kante. Man hat den Vorteil, dass man eine fixfertige Oberfläche hat. Es gibt kein Schifern mit, man kann das dann gut weiterverarbeiten zum Ölen oder auch Lackieren. Öl ist natürlich zu diesen natürlichen Produkten eine sehr perfekte Fläche. Wohnbereich, Wohnzimmer, Hessezimmer, Bäder, Küchen kann man es überall sehr gut verarbeiten, weil es einfach ein sehr natürliches Produkt ist und sehr einzigartig. Busch und Minh, Wohnzimmer, Bäder, Küchen kann man es überall sehr gut verarbeiten. Untertitelung des ZDF, 2020